Zu Hause trennen uns unsere Hautfarben. Aber hier sind alle gleich. Es werden viele sterben. Viele sind schon gestorben. Ihre Hautfarbe ist mir ganz egal. Wir haben den Befehl bei Ihrer Evakuierung zu helfen. Sind Sie von den Buffalo Soldiers? Ja, Sir. Meine Männer kommen mit Schwarzen nicht so gut klar. Du bist gern! Wir halten diesen Hügel, bis Verstärkung eintrifft oder der Krieg endet. Die Kommandeure sollen den Druck aufrechterhalten. Es ist ein großer Aufwand, um einen Haufen schwarzer Soldaten zu retten. Wieso genau diese förbigen? Wir standen Seite an Seite. Wenn ihr auf euren Schöpfer trefft, wird er euch für eure Entscheidungen zur Rechenschaft ziehen. Wir stecken in der Falle. Sieht so aus, Sir. Freiwillige? Ich gehe. Loslassen! Vielleicht hätten wir auf seiner Seite! Ich kann das nicht loslassen! Schwarz oder weiß? Das ist heiß egal!